Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben im Präsenz an. Zuerst die Verben. Essen, Trinken, Wollen, Können, Werden und Kaufen. Wir verwenden die Formen von Ich, also der ersten Person, und Sie bzw. Er, also der dritten Person, Singular. Unten findet ihr kurz zur Erinnerung die Endungen. Fangen wir an. Ich esse es. Sie isst es. Ich trinke es. Er trinkt es. Ich will es. Sie will es. Ich kann es. Er kann es. Ich werde es. Sie wird es. Ich kaufe es. Er kauft es. Und noch einmal zur Wiederholung. Ich esse es. Sie isst es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Ich mag einmalira. Das will es. Es hat es. Der glasrunde ist. Der glas può! Aber es ist auch wegen eine Fürst. Da ist es so Ich viele jeweơi an. Das kann es von Ihnen cooker. Und ichcomings mit fancy grabsch Merkel. 코� ist Colonne. ций mit Konflux Bye. Das ist, was wir. Ich bin darüber. Ich hoffe, wieder patient. Vielen Dank. Vielen Dank.